Hallo YouTube, hier ist euer Tibrianus und bei mir ist... Op! Ferorik. Ich bin Ib. Hallo. Hm. Das Tanzer. Ich glaub, ich mach das jetzt den ganzen restlichen Part. Sieht einfach so süß aus. Unglaublich. Da rennt der Ferorik. Da, seht ihr ihn? Nein. Uh, Ball. Ball, Ball. Oh, das sieht ja speziell aus. Was sieht speziell aus? Die Kontraste. Oben rot, unten blau. Hm. Weiß nicht. Bin ich unempfindlich für. Deiner muss runter. Ach. Ja, du warst doch schon oben. Naja, ich muss dann ja weg, sonst hätte ich ja das Ding da gestupst. Wo muss ich denn jetzt lang? Ja. Ah. So, da muss ich lang. Du und durch. Ähm, ich muss dir erst da oben hochhelfen. Komm her. Hi. Hm. Ah, okay. Komm her. Warte. Ach ey. Ging doch eben gerade. So. Hi. Wie die aber auch immer gucken. Hopps. Hm. Geh nochmal rum. Hüpf. Ja. 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 Gut. So. Ja dann. Los, Sammler. Hm. Gut, dann komm ich da wieder lang. Hi. Wie das Ding läuft. Ja. 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 Ich muss sagen, die Musik nervt mich auch noch nicht. Nö. Also es geht noch. So. Schau dir mein Gesicht an, bis ich drübergehe. Man sieht einfach nur noch die Augen. Hm. Wir sind Ninjas. Ich bin der Ninja. So. Ja. Jetzt ist die Scheiße auch noch weg. Scheiße. Oh Gott ey. Oh. Ja. Das kann ich gar nicht tun. Das solltest du nicht tun. So. Ups. Geh noch mehr zurück. Muss von da oben machen. Ja. Ich muss nur aufpassen mit dem Ding. Ich. Okay. Ich mach's tot. Ich mach's tot. So. Danke. So und jetzt gehst du wieder auf die Plattform da. Komm hier rum und geh rum. Hier. Ohne mich runter zu schieben. Ach. Aber das kann ich doch am besten. Hui. Gib alles. Juhu. Hui. So. Ähm. Du musst jetzt auch unten durch. Ja. War schon viel Gutes bei. Oh. Schon wieder. Ah. Äh. 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 Wie ihr guckt. Ich geh zuerst. Ja. Du warst zu fett, man. Zu fett, to fly. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Aktivieren. Aktimell. Aktiviert Abwehrkräfte. Ey, du bist einfach zu groß, man. Ich bin zu fett. Nicht mal, du bist einfach nur zu groß. Da war eben das Deming zu schlecht. Ja, das ist auch jetzt. Ich lebe, ich lebe. Dann geh du durch. Du kannst ja unter dem Ding dann, glaube ich, durchlaufen. Ja. Oder ich renne rein. Auch. Ich hatte Angst. Ja, ich hab's gerochen. Springen doch mal im Fünfeck. Nee, ich bin zu groß. Okay, müssen wir drüber springen. Hilft dir alles nix. Das Timing ist ekelhaft. Aber nicht nervig. Besser. Aktiviere. So, ich helfe dir hoch. Gut. Perfekt. Und hier oben geht's nicht weiter. Also müssen wir beide unten lang. Jo. Huiiii. Finde ich ein bisschen schade, dass es so oft ist, dass es einfach auf einer Seite nicht weitergeht. Und deswegen bald den gleichen Weg nehmen. Ja, ist doch ständig so. Alle fünf Meter. Dann müssen wir erstmal unten weiter langrennen, ehe wir oben weiterkommen. Jetzt musst du rumlaufen. Hä? Was tust du? Ich will hier oben lang. Ich hab's doch einfach gerade ausgehen können. Ach, das hätt ich auch machen können, ja. Da kommst du nicht lang. Ah, okay. Lass mir um den Weg rennen. Jups. Okay. Drück den Knopf. Juhu. Okay. Wir müssen durchrennen. Bleib da. Äh, nee, ich muss doch. Oder du rennst ganz schnell durch. So. Hoppala und hopp und hopp und hopp und hallo. Hoi, Rio, das Rennen ist eröffnet. Hippie. Jo. Ähm. Ja. Ähm. Jetzt auf. Nee. Ähm. Nee. Ähm. Äh, 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 äh. Ähm. Ähm. So, wenn ich jetzt hier bin Was kann ich denn für dich machen? Ähm Nichts Wir brauchen von irgendwoher wieder mal Schwung Am besten von da oben Das einer von da oben Ja So, aber dann kommst du Nicht da hoch Komme ich von hier nach da? Ähm, warte mal Spring mal hoch So, dann schubst du mich mal da hoch So, jetzt geh weiter Weiter Weiß So, ja, nicht so schnell Ähm Ich nehm nicht an, dass du von da an nach da drüben springen kannst, oder? Ja, das wollte ich überlegen Ne Ne Bräuchte ich deine Hilfe, dann könnte ich's Okay Dann Komm her Ne, das bringt Doch, lass es doch einfach mal versuchen hier Ich geh los So, jetzt geh du hier drauf So, ich Nein, nein Du musst recht So, ich geh weiter Ich geh weiter Ich geh weiter So Jetzt Üpfst du auf mich drauf Da drauf Ja, und jetzt kommst du da nicht weiter Ja, ist das Ähm 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 Ja, aber das hätte dich doch nicht rübergeholt Ja, ja, eben Eben, eben Bring mich erstmal wieder hoch Sieht übrigens aus wie so ein Flugzeug gerade Wie so ein So die Form hier Das ist das Heck Hier ist so das Rumpf plus Spitze Könnte Mit viel Fantasie Ja Ähm Hm 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 Der geneigte Der geneigte Zuschauer Wird jetzt wahrscheinlich schon die richtige Lösung gefunden haben Aber Wir Äh Sind da gerade etwas langsam Es ist zugegebenermaßen auch schon halb elf Abends Und außerdem Spielen wir solche Spiele ja auch für gewöhnlich nicht Das Ja Warte mal Äh Äh Du weißt, was ich versucht hab Ähm Springen Warte mal, warte mal Ich überle- Ja, warte Na, während du überlegst, musst du ja nur mal Ja, 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 ja Ähm Ja Ach Was hast du denn vor Ein bisschen mehr Schwung gewinnen kann Dann würdest du praktisch Er hier Also wenn ich jetzt hier oben stehe Spring hier drauf Katapultiere dich dann mit mehr Schwung hier drauf und Da steht keiner Da steht keiner Eben Also vielleicht muss ich doch zuerst irgendwie hier drauf Machen wir erstmal Denn wir müssen ja irgendwo anfangen Wir bringen mich erstmal hierher Okay Also komm erstmal nochmal her Ich schubs dich hoch So Ja Geil Geist genau im richtigen Moment runter Ich muss auch den Schwung da mitnehmen hier Bleib stehen So Jetzt Spring nochmal drauf Jetzt kommst du da höher drauf Nach links Ich habe jetzt praktisch wieder mehr Schwung Ja Ah Besser So Geh da drauf Naja bitte Das Warte So Klack Jetzt katapultiere ich dich Jawohl Ja Sieg Und das Spiel hat gedacht Es hat uns besiegt Tja man muss manchmal einfach nur ein bisschen langsam und Besonnen an die Sache rangehen Einfach mal ein bisschen nachdenken So Level Lade Gott ey Warum trage ich eigentlich dich? Trag du mich? Na weil ich es kann Du bist der Fette von uns beiden Ich bin der Große Ich habe die schweren Knochen Du bist fett Wir sind beide gleich breit Fällt mir gerade so ein Wenn ich bei dir bin Dann können wir es doch sogar mal im lokalen Koop aufnehmen Das können wir machen Aber dann brauchst du dein Mikro So stimmt Sehr gut 209 von 230 Nicht schlecht Ich wette irgendwann schaffen wir nochmal ein Level Wo wir alle Diamanten mitnehmen Mal schauen Aber nicht in dieser Aufnahme Also Bis zum nächsten Level In Ebb und Ob Macht's gut Tschüss 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 poke Tschüss